Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja, der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Chateau d'Ambrage. Ja, toll, dass Sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Wildfleisch, Schwein! Frisch aus den Flüssen! Wow! Ist das eine Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was machen wir zuerst? Na ja, was willst du denn sehen? Alles! Dann los! Hallo, Schweinchen! Gebratenes Fleisch! Kommt und probiert! Hergehört! Hergehört! Graf Victor von Arl heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen! Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her! Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels! Morgen findet der langersehnte Rindermarkt statt! Kommt alle zur Auktion! Graf Victor von Arl wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt! Das sollte ich mir ansehen! Unsere Vorräte gehen zur Neige! Hast du gesehen? Was? Die Leute hier! Sie sind glücklich! Ah! Ja, stimmt! Sieh nur, da oben! Das Haus mit der Wetterfahne! Das ist unser Haus! Oh! Genau über dem Markt! Ja! Der Ausblick wird fantastisch! Bürsten und Kämme aus Florenz! Probiert sie aus! Mademoiselle, wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so! Oh, wunderbar! Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone! Schön gesagt! Dein Haar ist hübsch so! Danke vielmals, mein Herr! Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier! So einen Schrank hatte ich auch! Ich hab mich oft drin versteckt! War ja klar! Sieh mal, die Farben! Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann! Sieh mal, Blumen! Wunderschöne Kleider! So viele Seilchen! Habt ihr Interesse? Nicht nur an einem! Oh! Ringelblumen! Priemeln! Na, du kennst dein Herbarium gut! Nur Blumen! Hat Mama mir beigebracht! Die waren in einem Buch drin! Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst! Das ist eher unser Ding! Ich verstehe! Viel Spaß! Ja, komm! Sehen wir uns den Rest an! Klar! Frisch aus Korsga! Heute Morgen gefangen! Kommt! Spielt kostenlos! Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein! Ein Spiel! Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin! Ist sie auch! Tunfisch! Sardinen! Direkt verboten! Also gut! Wie geht das Spiel? Ihr habt vier Würfe, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen! Verstanden? Klar doch! Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia! Kinderspiel! Los! Haha! Ja! Du bist toll! Das war knapp! Nicht aufgeben! Gut getroffen! Natürlich! Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser! Und das ganz ohne Schleuder! Wir müssen langsam los! Danke! Wiedersehen! Lauten! Nur die Besten! Wow! Wie macht er das bloß? Na, seine Eltern müssen Drachen sein! Ein Drachennamen! Genau! Lukas könnte bestimmt auch vorerspucken! Bestimmt! Er ist ja auch halbtückisch! Na los! Ich hör ja gar nichts! Haha! Bravo! Gehen wir zu unserem Haus! Es sollte gleich da oben sein! Oh! Wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Hm, ich weiß nicht! Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen! Ja! Ich mag es hier! Ich auch! Oh! Da spielt jemand Musik! Oh! Ich kann dich sehen! Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja! Bitte! Hoch mit dir! Hüpft! Na, alles klar da oben? Ja! Ich kann alles sehen! Ja! Klasse! Die Musik ist komisch! Ja! Klingt aber toll! Sie sind echt gut! Ja! So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an! Oh, schon? Ja! Mutter wartet sich ja schon auf uns! Ich würde gerne noch bleiben! Wir kommen wieder! Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen! Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert! Sie wissen davon, aber sie fühlen sich hier sicher! Das wirst du auch! Hör zu! Ich lass dich wieder runter! Wir sollten uns ein wenig beeilen! Ja! Ich will endlich das Haus sehen! Wie groß es wohl ist! Ich hoffe nur, es gibt echte Betten! Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus! Du bekommst das Königszimmer! Natürlich! Natürlich! Der Tag war ganz schön lang! Hey! Ihr seid zurück! Und, wie war's? Es gab einfach alles! Stimmt! Wir müssen unbedingt zusammen hin! Klar! Wir brauchen frische Pflanzen! Sieh mal! Ich glaube, wir haben ein neues Zuhause! Ja! Zuhause! Das habe ich schon lang nicht mehr gesagt! Ich mag es hier! Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen! Ich bin nicht müde! Ich bin nicht müde! Klar! Sehen wir uns drinnen um! Das ist unsere Tür! Sieht ruhig aus! Und hier ist es kühler! Schön! Wollen wir reingehen? Ja! Nach dir! Wir sind da, Ugo! Unser neues Zuhause! Sehen wir es uns an! Ja! Na gut! Wir machen es später! Mutter! Wo ist Ugos Zimmer? Er ist todmüde! Oben rechts! Das Bett ist gemacht! Danke! Na komm, du Schlafmütze! Du musst mitkommen, Missia! Wohin? Zur Insel! Du wirst dort auch geheilt! Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön! Das wird es! Du grübelst zu viel! Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen! Ich versuch's, aber ich... Ich kann den Sinn nicht verstehen! Stoffe folgen natürlichen Gesetzen! Die Makula ebenfalls! Vergiss den Sinn, Luca! Bleib einfach menschlich! Vielleicht... ...bin ich ja nicht besonders gut darin! Das bist du! Deshalb hast du Zweifel! Ugo! Ugo! Sie werden... Sie werden sie! Ich hab es für ihn getan! Und ich will ihn wieder töten! Ich will euch alle töten! Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula! Der Schock! Sie muss wohl deswegen erwacht sein! Es sind sechs Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat! Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich! Amicia! Suche zusammen mit Lucas in der Stadt nach Magister Vaudan! Findet ihn bitte! Er soll kommen und zwar schnell! Verstanden! Amicia! Ich weiß! Wir passen auf! Alles nur wegen dieser Bauern! Ich hätte niemals... Du bist nicht schuld! Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert! Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten! Wird Magister Vaudan ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten! Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand! Gott! Behüte ihn! Warum ist Vaudan noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich! So funktioniert der Orden! Jemand muss ihn doch kennen! Fragen wir nach! Da! Eine Stadtwache! Ich frage mal! Äh, hallo? Verzeihung! Wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudan finden können? Ich kenne Monsieur Vaudan, aber kein Magister! Versucht es auf dem Marktplatz! Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich! Vielen Dank! Gut, immerhin etwas! Ach, ich hätte es wissen müssen! Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel! Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen! Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz! Hallo! Oh, ihr seid es! Rollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudan! Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes! Er verkauft ihm seine Heilkräuter! Ah! Aber Martin müsste beim Brunnen sein! Sagt ihm, dass ihr von mir kommt! Er hat eine braune Tunika an! Braune Tunika! Danke für die Hilfe! Hoffentlich hilft er uns! Bestimmt! Verzeihung! Ihre Frau schickt uns! Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber! Es geht nicht um sie! Wir suchen Monsieur Vaudan! Den? Er bleibt gern ungestört! Genau wie ich! Hört zu! Mein Bruder ist sehr krank! Wir brauchen ihn dringend! Na gut, na gut! Ich weiß nicht genau wo! Aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena! Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe! Keine Sorge! Vielen Dank! Gut! Verschwenden wir keine Zeit! Das Arena-Viertel! Das Arena-Viertel! Ganz schön viele Häuser! Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft! Das spüre ich! Ja! Deshalb lasse ich mich hier! Ein Armenviertel! Der Orden ist nicht arm! Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich! Amicia! Das Symbol an der Wand! Der Orden! Ja! Dort muss er sein! Kein Schritt weiter! Der Zutritt ist verboten! Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will! Weiter gehen bitte! Ich muss da unbedingt durch! Schon gut! Komm! Wir gehen um die Arena herum! Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten! Sehen wir uns mal um! Stimmt! Entschuldige! Da ist deine Tür! Ja! Also! Bereit, das Gesetz zu brechen? Komm schon! Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo? Wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudan. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Hier. Noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal. Da oben. Eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wenn Vaudan hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas. Falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Bitte, nicht. Stimm. Sch. Was jetzt? Wo ist er? Sprich. Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Nicht gut. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Gehen wir vorbei. Kein Mux. Du bist allein und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht einen. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. Ja, verzieh dich nur. Was war das gerade? Mann, was für ein Arzt ist, dass du hier krepierst bist. Irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Sie haben nichts gehört. Ein Arzt. Nein. Was? Ah, ein Geräusch. Vielleicht spinne ich auch. Was? Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Hm? Da hat sich was bewegt. Ich habe schon Palazinationen. Oh. Ja, das stinkt. Ach. Was zur Hölle? Mir wird schlecht. Nein. Bitte nicht. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Sieh nicht los. Schieb. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guillen geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Gehen wir schnell. Schon so viele Tote. Als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal. Ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Steckt fest. Komm schon. Na ja, gehen wir weiter. Hier entlang. Bitte. Nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Ah! Schau mal da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Na ja, gehen wir. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, Keine! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze da oben. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot. Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Was? War das? Ich schau mal. Oh nein! Hey, wir sind Einfängige! Schnapp! Meda! Schaut alles ab! Jetzt habe ich dich! Wir wurden entdeckt! Wir wurden entdeckt! Hier lang! Jetzt kommen Sie! Ein Händen ist weniger. Vorsicht! Wenn Sie uns bemerken... Ist das so schlimm? Ich weiß, was ich mache. Vorsicht! Ich weiß, was ich mache. Kaltblütiger Mann! Wer war das? Ich habe mit mehr Soldaten gerechnet. Wo sind die? Krank? Oder planen die was? Wir haben es fast geschafft. Wir suchen nach welcher Misten für den Stadtes in einem Masken. Aber alles gut können überall stecken. Verdammte Drecksbäger! Verdammte Drecksbäger! Sie haben Wotor noch nicht gefunden. Er ist schlauer als sie. Er ist allein. Irgendwann finden sie ihn. Und dann ist Ugro verloren. Du hast recht. Du hast recht. Was sind die? Ihr versteckt euch! Garantiert ihr! Aha! Ich hab's gewusst! Sie haben uns! Sie können nicht weit sein! Ja! Geschafft! Stimmt. Aber ich hab genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben. Und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Ja. Genau deswegen können wir jetzt dieses Gespräch führen. Riechst du das? Leichen! Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran... Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Da lebt noch jemand. Madame. Oh. Du bist es. Ich bin nicht Alice. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Das werde ich. Ruhe nun. Gut gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Können wir es aufhalten? Du meinst, den Biss? Ja. Aber wenn wir Hugo halten... Die Frage ist... Wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wenn sie hier sind... Sie verstecken sich vor der Sonne. Und warten. Bitte sag mir, dass es hier ist. Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das Symbol. Er ist im Turm. Er muss dort sein. Ach ja? Lukas, es wird nicht leicht, dort hinzukommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Das ist der Magister. Lukas! Geh... Oh nein! Oh nein! Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Was ist das? Sie sind hier. Nicht die Fassel fallen lassen. Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun. Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig. Im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Woher kommen diese Bieste? Da kommen mehr. Sehr viel mehr. Lauf weiter. Es sind so viele. Nicht stehen bleiben. Beachten sie nicht. Lauf weiter. Ja. Siehst du einen Ausweg? Nein. Es ist zu dunkel. Komm, schnell. Luft zu. Hilf mir. Halt. Halt. Nein. Das war's. Nein. Wir haben Licht. Noch sind wir sicher. Wir sind sicher. Alles gut. Ruhig bleiben. Bleib nah bei mir. Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir. Ganz vorsichtig. Ich wusste es. Hab doch gesagt, sie sind hier. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Hugo. Sie sind wegen ihm hier. Ja. Ja. Das sollte reichen. Vino. Sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm Vodan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen. Ich hab sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja. Bitte lass die Fackel nicht fallen. Wir können diese Wand hochklettern. Aber ich brauch freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Drecksfächer. Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja. Sehr direkt, bitte. Lukas. Wenn die Nacht anbricht. Ja. Dann kann sie nichts mehr aufhalten. Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Gut. Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Das Licht reicht nicht bis zur Leiter. Das Schloss an der Kette wirkt schwach. Ich sehe es. Ja. Sehr gut. Gehen wir. Schnell. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Gut. Ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Lukas. Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein. Ich bin umzingelt. Die Leiter. Kletter hoch. Schnell. Ja. Das muss natürlich mir passieren. Ich brauche Hilfe. Sie sind hinter mir her. Bleib ruhig. Noch ist alles gut. Ja. Los. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Gut. Sollte reichen. Erledigt. Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Boudons Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Oh nein. Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Keine Ratten? Nein. Aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur, die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Wow. Oh nein. Hörst du was? Oh nein. Bitte nicht. Gut, wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Na gut. Die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Die Zimmer sind ja jetzt offen. Die Zimmer sind ja jetzt offen. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel. Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Gut. Aber das wird nicht genügen. Nicht fallen. Danke, Lukas. Das werden sie mögen. Wir gelaufen. Sieht sicher aus. Gut. Dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja. Das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Das ist Schwefel, oder? Ja. Auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Abluckas. Das übernimmst du. Klar doch. Bereit? Wir verschwenden Zeit. Du kannst aufhören. Natürlich. Los, schneller. Ich mache mir Sorgen, Omigo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudan finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey. Eins nach dem anderen. Ja. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja. Das ist eine gute Nachricht. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und... Oh, das ist kla... Wow. Was zur Hölle. Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Boah. Ganz schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Bein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge erinnern sich nie. Oh, da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Jetzt. Ja, los. Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Nein, diese Kurbel nützt mir nichts mehr. Ich muss die andere finden. Hilfige, sie hatten hier noch mehr Tiere. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Aufzug-Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Was ist passiert? Ich habe losgelassen. Los nochmal. Los. Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell. Stabil. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja. Aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm. Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wir hielten diesen Ort für sicher. Ja. Ich frage mich. Wir kommen dem Turm immer näher. Ja, fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Wie viele Menschen starben hier? An so einem engen Ort. Eingesperrt. Hat der Bissi wohl alle erwischt? Sie wurden verdammt. Also, wir warten, bis Arnaud kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arnaud. Das ist ein Befehl. Wurde, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! 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 Aus dem Weg! Los! Los! Sie halten uns immer noch auf. Wir sind fast da. Fast. Nicht, Moment mal. Zeitverschwendung. Jetzt finde ich euch sicher. Nicht hierher. Nicht hierher. Sie haben uns erwischt. Dahinter seid ihr nicht lange sicher. Sie waren eine Hand. Jetzt kommen sie. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wir nacken. Ich hab sie. Wir wurden entdeckt. Komm, ich hol es. Okay, komm, rein. Na, wartet, wenn ich euch erwische. Da gehe ich jetzt wohl nicht durch. Dann gehen wir. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Boudin ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyen geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig. So friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist. Dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr bis Hunderte getötet habt? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Boudin zu Hugo. Eine Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schluss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fang wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z. Wie Zoll ist Z. Jupiter. Passt. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars. Der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer? Mars. Das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Das müsste Venus sein. Als letztes kommt Merkur. Der Gott des Handels. Wie ein Stab, um den sich zwei Schlangen... Und fertig. Das sind alle, glaube ich. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Magister Vaudan, ich bin Amicia de Rhone. Tochter, also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Erchemist. Du bist ein Lehrling. Weißt deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin? Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Magister Vaudan? Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Ugo, das ist Magister Vaudan. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe. Dieんなápikation. Ich brauche Ruhe! S stars começar Wolf.